immer dieses lecken am anfang naja damit herzlich willkommen zum weiteren spiel hier western front armies community battle müsste jetzt das vierte oder fünfte spiel sein ich weiß es gerade nicht genau vor allem nach einem kleinen bug in der letzten folge was mich echt ein bisschen ange nervt hat naja müssen wir halt quasi jetzt mit leben und ja wir werden jetzt mal einfach mal gucken dass wir hier so schnell wie möglich nur irgendwie den ganzen kram eingenommen bekommen und diesmal letzten endes vor allen dingen nicht so schnell da naja gut dann werden wir mal dahin marschieren und dann mal versuchen das hier dicht zu halten oha oha ob das so gut ist das ding wirklich da so weit hinten ist ich bin mir da nicht ganz so sicher ich bin mir nicht so sicher ganz da weit vorne möchte ich eigentlich nicht sein aber wir sollten mal gucken dass wir da vielleicht von da aus dann auf jeden fall weiter ausbauen jetzt ist natürlich totales chaos hier gerade da sind sie auch schon wieder müssen wir mal ein bisschen schneller jetzt sein das ding ist auch gleich eingenommen das ist gut ok das war jetzt doof so und diesmal nicht mehr abbrechen das wäre nämlich nicht so schön ok da ist das schon drin das ist schon mal scheiße damit hat er uns ja schon mal anfangsstrichen vorteil oh ja das wird so nix haben das ja schon quasi erstmal schon verloren hier so in ersten zeit alles nur wegen dem gebäude das ist nicht so gut aber wir sollten uns hier mal zurückziehen also ist das besser ist das sie dürfen dass sie nicht verlieren mit dass das ziel verlieren haben wir echt ein problem du 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 nicht nur wegen uns sondern auch wegen unseren teamkollegen hier oh weh kommt mal raus da ihr müsst euch mal verziehen ich kann das hier zumindest noch ein bisschen halten aber auch nicht ewig ja genau das ist das problem jetzt haben wir nur noch einen tropf hier über ganz bitter aber jetzt haben wir auf jeden fall ein bisschen mehr bisschen mehr chance zumal wir jetzt nämlich hier das ding nicht gleich abgerissen haben und wieder auf das ding ewigkeiten warten dürfen was schon mal echt nicht unwichtig ist okay die haben sich da auch schon was angelacht alles klar ist jetzt schnell nach vorne ganz schnell nach vorne zack 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 macht helle auf jeden fall haben wir jetzt hier ein bisschen mehr druck ganz beim letzten mal so schnell halt euch immer ein bisschen bing 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 nichts zu sehr rander so jetzt sollten wir mal gucken dass wir hier vielleicht irgendwie okay das werden jetzt hier ein bisschen viele das ist ein problem also wir sollten mal gucken dass wir jetzt hier einmal rüber gehen ihn da ein bisschen unterstützen das ist wichtig so schießt 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 so jetzt schön von der seite rein schön von der seite rein um sehr gut das war gut das war sogar sehr gut und dass wir jetzt letzten endes hier alles andere verloren haben hmmm ddup 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 wieso können wir den vielleicht lieber erstmal hier zurück holen Wieso sind die denn da hinten? Ah, was soll denn das? Was soll denn da? Aua. Ach, scheiße, ich hab den... Deswegen, ich hab den Punkt noch nicht besetzt. Scheißendreck. Scheißendreck, scheißendreck, scheißendreck. Das ist überhaupt nicht gut. Aber... Diesmal ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. So, nochmal ein MG hier ranholen. So. Ihr müsst mal jetzt ganz schnell wieder nach vorne kommen. Brauchen wir euch hier. Dann werden wir jetzt mal hier drücken. Ach nee, der müsste noch geheilt werden. Was geht da? Ne, da müssen wir dann doch nochmal schnell da rüber. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, klasse. Man, das ist ja hier alles gerade schon wieder quasi perfektes Timing. Jetzt müssen wir nochmal hier drücken. Das geht ja nicht. So geht das ja nicht. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Moon. Das wäre echt nicht schlecht. So. Wir müssen dann jetzt mal echt hier gucken, dass wir da mal was mitgerissen kriegen. Na, scheiße. Da ist ein MG. Das ist natürlich nicht so toll. Und da kommen wir nichts zu nichts. Nein. Da kommen wir zu nichts. Oh. Wir haben es doch noch geschafft, die Granate zu werfen. Oh. Okay, die sollten dann doch mal weg. Ah, man sieht die Positionierung gar nicht gerade. Ach, scheiße. Hat er es echt noch hingekriegt. Oh, damn. Er hat das hier auch wieder verloren. Okay. Das ist jetzt gerade alles nicht so schön. So. Versuchen wir es nochmal hier mit. Bum, 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 bum. Da sind wir, glaube ich, gerade rechtzeitig gekommen. Mit dem Trop. Jupp. Die machen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Terror. Schießt den weg. Sauber. Das ist gut. Jetzt brauchen wir aber auch die Truppen wieder hier. Das war relativ zügig. Da gucken wir mal, dass wir da nochmal Granaten reinwerfen. Zack, zack, zack. So haben die schon wieder was verloren gehabt. So, dann das. Was soll denn das? Ah, sauber. Das ist doch gut. Dö, 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 dö. Jetzt einfach mal ran da. Wir müssen jetzt nämlich mal hier ein bisschen Druck machen. So. Das sieht gut aus. Ah, die waren echt genau richtig gerade. Die haben wir echt gebraucht. So, dann schnappen wir uns jetzt nämlich mal hier die Bewaffnungen von denen. Bum, 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 bum. Okay. Oh ja, genau. Nochmal schön reinlaufen. Genauso muss das gemacht werden. Nicht anders. Du, 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 du. So. Jetzt müssen wir aber echt hier ein bisschen Gas geben. Oh, fuh, 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 fuck. Jetzt kommen sie von allen Seiten gerade. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Mal schnell ins Gebäude rein. Ja, okay. Oder auch nicht. Ne, das lassen wir lieber. Nein, haben wir verloren. Scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte echt nicht passieren dürfen. Bo, 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 bo. Können wir jetzt mal da rein. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal gegendrücken. Was kostet denn Treibstoff brauchen wir? Alles klar. Wollen wir jetzt mal Treibstoff. Sind ja immer mehr hier. Das hört ja gar nicht auf. Oh. Okay, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt echt ein Problem. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Was sollen wir denn jetzt gegen den machen? Inges verloren. Ja. Ne? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Was wir da jetzt machen sollen? Wow. Hm, ja, das mit der Mitte ist gerade echt ein Problem. Ach du Kacke. Ja. Ganz dumm gelaufen. Boah. Ganz bittere Scheiße hier gerade. Okay, die sollten sich doch lieber mal zurückziehen. Nicht hier. Muhaha. Komm schon. Scheiß Gelegge. Boah, was für ein Drecksleck gerade jetzt in dem Moment, ne? Hat er ihn gerade echt den Arsch gerettet? Ohne Witz. Da hat er ihn gerade wirklich den Arsch gerettet. Was machen wir denn da jetzt? Das Problem ist, dass uns das Ding hier ganz schön auf den Arsch geht. Ja. Boom, 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 boom. Seht ja nicht gerade optimal aus hier. Zumindest haben wir das Ding mal wenigstens gepinnt bekommen. Ah, nice. Haben ihn sogar kaputt gekriegt. Super Sache. So, jetzt müssen wir aber echt hier mal ein bisschen drücken. Das größte Problem ist, dass wir jetzt gerade den Süden schon wieder verlieren sind. Was natürlich überhaupt nicht toll ist. So. Jetzt können wir nochmal hier drücken. No, fuck it. Yo. Einfach mal meine Truppen in die Luft gejagt. Also irgendwie haben wir ganz schön Pech, was das angeht. Oh, fuck. Oh, fuck. Na, wir sind doch schon wieder am Arsch hier. Das war ein nicht so schöner Start. Auch mal wieder nicht. Letztes Spiel war ähnlich. Da gab es ähnliche Probleme. Ich kriege halt einfach keine Rohstoffe mehr gerade rein. Ah. Total out of Rohstoffe. Wie kacke ist denn das? Das ist doch so unglaublich, wie treffgenau seine Einheiten im Moment schon sind. Oh weh. Da ist der Panzer. Oh weh, oh weh, oh weh. Schon viel zu viel verloren. Ich komme nicht mehr auf den grünen Ast hier gerade. Tja. Was willst du da machen? Jetzt wollen wir uns nochmal versuchen, hier schnell den Treibstoff wieder zu holen. Aber ich glaube, auf lange Sicht haben wir das jetzt auch schon wieder verloren. weil wir einfach hier nichts gegen anbringen können. Die zerschießen uns halt einfach total. Das hat echt ein Problem, das. Wirklich ein richtiges Problem, das. Was? Wie? Wo? Ähm. Halt mal eben. Na, komm. Schade. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall können die da nochmal reinhalten. Das wäre halt gut. Die da jetzt auch mal was reißen würden. Oh fuck. Ey, das ist doch unglaublich gerade. gerade genau, immer genau in dem Moment, wo ich gerade woanders bin. Dann kommt irgendwie eine Granate geflogen oder sonst irgendwas. Das ist doch zum Kotzen. Nee. So wird das gerade nichts. So kann das auch gerade gar nichts werden. Tja, versuchen wir uns jetzt einfach nochmal mit dem Luchs. Anderes bleibt uns schon fast gar nicht mehr. Wir müssen jetzt da irgendwie irgendwas tun. Nee, nee, nee. Das wird so nix. Das wird so nix. Never, never, never. Und da kommt dann schon wieder ein Panzer. Oh, mit dem Fallgang können wir grob nichts machen. Nee. Jetzt kommt Muto 25 Punkt. Leichter Panzer, es geht zum Einsatz bereit. Achtung, macht euch bereit. Zieht, die sind in den Späden. Zieht, die sind in den Fall der Reaktion. Einheiten zusammenschließen. Wir sind nur zehn Punkte gefallen. Da, sichert diese Stellung. Stoßt weiter. Nee, also irgendwie... Wir stehen los, auf der Schuhe. Es ist vorbei. Wir wurden besiegt. Oh man. Was für ein Spiel, was für ein Spiel. Nee, also irgendwie... Da sind wir auf keinen grünen Ast gekommen. Das war überhaupt nicht gut. Das ärgert mich gerade, wirklich. Also da hätten wir auch, glaube ich... Da hätten wir auch machen können, was wir wollen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ja, ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und das war auf jeden Fall dann erstmal das letzte Spiel für heute. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. vagy. Tschüss. 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 Vielen Dank.